Katertscheidt Aachen Ort Gortz neulich erzacht jetzt ich bin Prozent kein Bock mehr nein ach blöd oh Gott war es wird wieder nah interessiert doch kein ach gott nein Gurus sprung echt jetzt nein boah was ist das denn für eine Scheiße wieso passiert mir das eigentlich immer dass ich durch die Steine bagge kacki der Sprung ich bin einmal durch die ganze Reihe dahinten durchgeflogen ja keine Ahnung ach Gott hast du jetzt hast du jetzt ein anderes Texture Pack drin per se nein also auch noch das Fax ja kommt die Map richtig geil rüber maaaan nein leck mich fett wer soll dich leck fett lecken du weiß ich doch nicht irgendeiner ach es war Prozent war ich hasse diese um die Ecksprünge Prozent üblich ich habe ja statt Schiff weh gedrückt weil das wir auch so nahm Stiftes da er ist so nahe jetzt aber los und spart hattest du nicht irgendwas vor Ort ab dass der Track noch aktiv sei noch zwei Minuten acht Sekunden ältsko auch Mann ich glaub's nicht Ma ich hasse Langean die Gruppe ich hasse die wieso hast du denn die Map ja die Chance schon eben kann zu aufgeben wieso sollte ich keine Ahnung Tadell da macht ihr eh weiter also drückt mir das nichts das wäre voll dumm wenn man aufgeben würde und alle drei machen noch weiter alle drei machen noch und dann gibt man auf das habe ich gerade gesagt ich weiß nein ich war weiter bei dem wird gesagt bei mir nicht bei mir ist keiner ach fuck moooon leck mich leck mich dass ich das dass ich das nicht schaffe ich will am Ende guck das ist ja Pipi Maxi auf die Leiter da soo und dann hier hoch aber dann boah aaaah da ich verkackt natürlich ich bin ich mal wieder so weit gewesen und dann verkacken ey ich glaube ich stehen nein ich habe jetzt ganz sicherlich steht erzhaft erzhaft was dann ist scheiß ich bin runtergefallen Pasi hat glaube ich nur gut gemeint und dann auf übelste Art ey ne was hab ich denn gemacht ja nix was ist ja das Problem ich bin dann nur wenn es sich jemand anderes runtergefallen oh man ey musst du dring kacken nein oh du bist wieder sicher boah schon lange ich krieg die Krätze oh ok maaaan maaaan ja ja nein nein was hast du hast du versucht mich runter zu schlagen nein ich wollte hier auf den Block kommen ach Mano ich hatte das versucht was denn sonst ich hab mir nur weiß nein hab ich nicht maaaan runter schlagen tue ich ihn nur da wo er mich runter geschlagen hat oh gar nicht wahr nein nein ich will jetzt aber zack und läppig dieser dieser lange und ums Ex-Spring da der ist scheiße oh ich krieg die Motten ja boah ja ich krieg die Motten woher von dieser Challenge aber woher kriegst du Motten von der Challenge hat er doch gesagt ja aber hier sind keine Motten ja doch da hinten da wo es dunkel hell ist beim Glowstone genau boah ich hab diesen Sprung einfach nicht ja ich glaub's nicht maaaan ihr verkackt ja wenigstens noch weiter vorne aber ich verkack den Scheißsprung ey ja hier die Leiter alles oh boah ja was ich kann doch theoretisch nein konnte ich anscheinend nicht theoretisch mach nein jetzt verkack ich das auf nein ich hab Florian jetzt geerbt was ich bin keine Erbkrankheit nein weißt du aber er verkackt das einmal und dann meint er sofort ja ja ich hab jetzt Florian geerbt was wolltest du AIDS sagen nein ich hab jetzt ihn geerbt wollte ich erst sagen aber boah da krieg ich Krätze boah ey das wird langsam echt spannender okay 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 warte was kann ich retten ja du kannst auf die Halb 6 ach oder du sprichst da hin ja Leiter ja das was passiviert hat schafft das schaffe ich nie ja und jetzt da drauf ja 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 nein bist du jetzt wieder da Flo wo Pasi war ich bin jetzt hier ja ist jetzt wieder richtig weit ja nicht weit kann man dazu nicht sagen doch nein boah ich schaff diesen Sprung nicht auf diese kacke das ist doch kacke ich weiß nicht wie ich das angehen soll muss man seitlich springen oder was neuer Ahnung boah bisher waren wir alle dort ne irgendwie schon da ich war schon hier drauf auf dem auf dem da ne auf dem da war ich man jetzt schaff ich es wieder nicht ich schaff es nur wenn Pasi das geschafft hat vor mir direkt vor mir nein dann warte auf mich immer ja du bist ja viel zu schnell ach kacke ja du bist auch vor mir da vorne und dann dauert das zu lange also ich bin dann zu lang nein nein ja komm los los Florian los los Florian doch mal ok ja ich habe den ersten Sprung nicht ja ja aber war warm war jetzt erst mal Hände abtrag und hier hat er sich nicht runter geschlagen was ein Arsch doch nein jetzt muss ich auch die es doch wie sie ich hatte schon etwas geschafft sauber es war auch easy ja ja sauber sauber ja ich weiß ja nicht wie ich hier springen soll seitlich rennen und dann sauber nein oh mein Gott der ist so arschig ne das ist der assigste Sprung in dieser Scheiße oh nein glaub mir gleich kommt noch viel assiger super ja aber ich will erstmal diesen Assigen schaffen boah jetzt schauen wir mal auf das Podest hier ja mann ja endlich nein 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 ja komm schon dann da drauf ja komm los ja dann ok los ha 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 und du warst vor Ort ja ok hat gerade mal fünf Sprünge geschafft und dann sagt er boah boah verfickte Kacke was hat der Server gerade geschrieben boah seid ihr Scheiße der hat sogar Seis ihr Scheiße geschrieben nein seid nein sei es oh jo oh jump to sie guck mal wo ich bin oh Gott soweit bin ich noch nie gekommen ah jetzt schafft fast ich nein er schafft es doch nicht da bin ich schon zweimal verkackt oh baby ja danke ja ja mach Flo ey ich muss nur so ein Scheiße ja mach wie viele Leute bei dir heute reinkommen mein Vater es ist ganz Zeit mit Vater reingekommen ja aber ganz schön oft deine Mutter war auch schon da ja meine Schwester nicht doch doch ich weiß es doch besser als du Pasi wir haben wir deine Schwester hat halt diese Stimme die erkennt man da total in der Rinne ja merkt man ja da war die halt in der Küche muss halt eine Tür holen so ja ohne eine Matratze vorlegen sie sind mit seiner Matratzen dass es die Tümer nicht gibt nein nein warte 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 ich kann ich gar nicht ja komm jetzt hier da da dann da drauf dann hier Alter da krieg ich echt die Kretze Puffuri maaaann ok das schaffe ich nie René das ja geh doch weiter zurück soll ich jetzt anfangen oder was ja klar leck mich ja und jetzt da boah nein Mann boah kacke ja boah 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 ja oh mein Gott boah nein boah bist du gekommen der Spruch ist so unnötig ist so der wird nicht witzig und unnötig boah okay okay so kommen nein ja 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 okay Pasi wo bist du ich bin doch gar nicht in deiner Nähe okay du ich hab nicht gesprintet diesen Schwung zu verkacken das ist echt ne Meisterleistung das schafft nur der Meister bist persönlich Flo erstmal bis zu dem Sprung kommen ne ja hab ich schon geschafft also wie oft? zwei? fünfmal oh zwei war ein bisschen falsch ne Pasi er war ja schon ein viertelmal von mir ich bin doch